Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Elektronik-Bastelkalender für kalte Kinder und da machen wir heute Tag 9 auf. Wieder eine LED. Eine weiße, eine kurze LED. Kurze LED heißt, da ist ein Vorwiderstand drin, Beleuchtung für die Landestation. Damit dein Raumgleiter sicher auf einem fremden Planeten landen kann, benötigt er eine Landestation. In den nächsten Tagen baust du sie auf. Dafür brauchst du eine zweite Batterie und die LED, die heute im Kalender war. Überprüfe die Funktion der Regenbogen-LED. Wenn du sie verkehrt rum an die Batterie hättest, leuchtet sie nicht. Aber sie geht auch nicht kaputt. Dafür brauchst du die zweite Batterie. Nächstes Unboxing. Oh, das ist auch eine Farbwechsel-LED. So, und hier steht ja auch, dass man sie ruhig verkehrt rum dran halten kann. Davon geht sie nicht kaputt. Das ist mir ja jetzt heute schon ein paar Mal passiert. Ne, also verkehrt rum. Ne, also verkehrt rum. Und richtig rum. Bastelarbeiten. Nimm die Vorlage für die Station aus dem Kalender. Die Vorderseite ist bedruckt. Die Rückseite enthält nur die Konturen, damit du deine Ladestation selbst gestalten kannst. Die Landestation. Gut. Oh je. Oh je. Gut. Gut. Jetzt haben wir doch so einiges zusammen. Und wieder ein bisschen geklebt und geschnitten. Tag 10 kommt dann Verbindung der Stationsbatterie. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Tag 11. Tag 11.